Zwei junge Herren, einer davon ist der Lautboet Jörg Zemmler, der andere ist der Architekt Peter Pichler, haben vor ein paar Jahren beschlossen, gemeinsam Musik zu machen. Verspielte Elektronik mit eigenen Vocals. Soeben ist die neue LP erschienen. Die Band nennt sich Sandebop, ihre Platte trägt den Titel Own Standards, eigene Standards. Ja und das Museum Gardena hat zur Lunde...